Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Am Ende dieses Videos kommen sehr viele Videofragen dran. Ich lese ab und zu in den Kommentaren von euch, dass da drin steht, ja, wie schaut es denn aus, wenn ich von meinem Bruder oder von meiner Schwester oder von einem Freund noch diese alten Blöcke da habe, diese Bögen, Papierbögen, kann ich damit auch noch auf meine theoretische Prüfung lernen? Also ganz klar nein. Die Fragen ändern sich zweimal im Jahr und zwar einmal im April und einmal so September rum. Auf meinem Kanal findest du natürlich immer die aktuellen Fragen, also die, die aktuell in deiner Prüfung drankommen. Deswegen empfehle ich dir auch, den Kanal kostenlos zu abonnieren, damit du immer gleich die neuesten Fragen dann mitbekommst. Und wie gesagt, am Ende des Videos kommen dann ganz viele Videofragen. Die könntest du mit den Papierbögen gar nicht beantworten. Okay, aber jetzt machen wir erstmal weiter mit den ganz normalen Bilderfragen und die hier zum Ankreuzen. Später kommt dann noch was über den Anhänger, aber das sehen wir gleich. Sie fahren auf einem Einfädelungsstreifen. Wie verhalten Sie sich? Angemessen beschleunigen, möglichst nicht anhalten, unter Beachtung der Vorfahrt einfädeln. Immer bis zum Ende des Einfädelungsstreifens fahren. Dort anhalten und dann einfahren. An langsameren Fahrzeugen, die auf der durchgehenden Fahrbahn fahren, rechts vorbeifahren und vor diesen einfädeln. Okay, so eine ähnliche Frage haben wir ja schon im letzten Video gehabt, am Donnerstag. Und der Einfädelungsstreifen ist ja der Beschleunigungsstreifen, sagen wir mal, auf der Autobahn. Und wenn es geht, dann natürlich angemessen beschleunigen. Und wenn es geht, natürlich nicht anhalten. Das wäre super. Aber die zweite Antwortmöglichkeit, am Ende anhalten. Also es gibt tatsächlich ein Gesetz, welches sagt, wenn du nicht auf die Autobahn draufkommst, sollst du am Ende anhalten und warten. Ist natürlich sehr gefährlich, weil du dann, wenn du losfahren könntest, keine Geschwindigkeit hast. Also, ja, das kreuzen wir nicht an. Und das habe ich auch im letzten Video erklärt, dass du normalerweise ja rechts außerorts nicht schneller fahren darfst, als derjenige auf dem linken Fahrstreifen. Allerdings gilt das nicht auf Beschleunigungs- bzw. Einfädelungsstreifen. Also ist die letzte Antwort auch richtig. Ja, also hier sind alle Antwortmöglichkeiten richtig. Stell dir mal vor, du rennst zum Beispiel. Sie fahren mit 20 kmh gegen eine Wand. Ja, also das ist schon sehr, sehr heftig. Und für ein Auto sind ja 20 kmh, ist ja keine Geschwindigkeit. Außerdem werden die Körper dann so beschleunigt, dass die vorderen Personen auch unter Umständen verletzt werden können. Sie fahren einen Pkw und während der Fahrt klingelt Ihr Mobiltelefon. Was ist hierbei zu beachten, wenn Sie keine Freisprechanlage haben? Zum Telefonieren muss die Fahrt unterbrochen werden. Zum Telefonieren muss der Motor ausgeschaltet sein. Die Bedienung des Mobiltelefons darf während der Fahrt nicht mehr als 15 Sekunden in Anspruch nehmen. Also wir beantworten wieder jede Antwort einzeln. Und zwar muss die Fahrt unterbrochen werden, ja, und der Motor muss ausgeschaltet sein, ja. Du darfst also nicht während der Fahrt einfach kurz den Motor ausmachen, telefonieren, während das Auto weiterrollt oder so. Auch die Start-Stop-Automatik gilt nicht an der Ampel. Du musst dein Fahrzeug, ah, das kommt bestimmt später auch noch, also praktisch aus dem Verkehr ziehen, auf dem Parkplatz oder irgendwo, wo man halten darf. Und das Fahrzeug dann auch sichern und der Motor muss komplett aus sein. Also das mit der Start-Stop-Automatik zählt anscheinend nicht mehr. Und, ja, 15 Sekunden ist natürlich Quatsch. Du darfst das Telefon während der Fahrt gar nicht bedienen. Wer darf ein Mobiltelefon ohne Freisprecheinrichtung während der Fahrt nicht benutzen? Fahrzeugführer von LKWs. Fahrzeugführer von Krafträdern. Fahrzeugführer von PKWs. Ja, also das gilt für jeden. Die Ampel hat gerade auf gelb gewechselt. Wie verhalten Sie sich als Linksabbieger? Okay, wir fahren 40 kmh. Das sind, ja, nicht mehr so viel Platz. Allerdings sind wir Linksabbieger. Das heißt, wir müssen die Geschwindigkeit natürlich auch stark reduzieren. Hier wollen Sie wahrscheinlich auf das Linksabbiegen hinaus, ja, weil es sind jetzt vielleicht, weiß nicht, 10 Meter oder sowas vor uns. Also normalerweise, wenn es geradeaus weitergeht, wenn sie gerade eben erst umgeschalten hat, dann könnte man schon noch drüber fahren. Aber da wir ja abbiegen wollen, müssen wir ja erst stark abbremsen. Dann kommt noch Gegenverkehr. Naja, schauen wir uns mal die, ja, Abbiegen anhalten. Also wir kreuzen anhalten an, weil wir, wie gesagt, 40 fahren und noch runterbremsen müssen. Genau, das ist ja auch richtig. Worauf müssen Sie sich bei diesem Verkehrszeichen einstellen? Also das ist ja ein Gefahrenzeichen. Rot dreieckig mit der Spitze nach oben sind alles Gefahrenzeichen. Auf Flugbetrieb, auf Gegenlenken, auf Seitenwind. Okay, also, das ist das Zeichen für Seitenwind. Dementsprechend muss ich auch Gegenlenken. Flugbetrieb, nein. Nein, es ist einfach nur ein Gefahrenzeichen, welches dir sagt, dass hier zum Beispiel, wenn du über Brücken fährst, da gibt es auch eine Frage, wo vermehrt mit Seitenwind zu rechnen ist. Und das, zum Beispiel auf Brücken, da steht dann dieses Verkehrszeichen. Flugbetrieb hat nichts damit zu tun, das ist dann auch ein Gefahrenzeichen, da ist ein Flugzeug abgebildet. Das kreuzen wir nicht an. Genau, und wenn du Seitenwind hast, dann musst du gegebenenfalls auch Gegenlenken. Worauf müssen Sie sich bei diesem Verkehrszeichen einstellen? Auf verändertes Fahrverhalten des Fahrzeuges. Auf notwendiges Gegenlenken. Auf notwendige Geschwindigkeitsanpassung. Genau, also auch hier wieder alles richtig. Geschwindigkeit anpassen immer gut, wenn irgendwelche Gefahr droht. Und wie gesagt, das Fahrverhalten ändert sich, da du ja immer die ganze Zeit etwas gegenlenkst. Und umso mehr Angriffsfläche dein Fahrzeug zur Verfügung stellt, also sprich, wenn du ein großes Fahrzeug fährst, ein LKW oder ein Wohnmobil zum Beispiel oder ein Anhänger, dann hast du ja mehr Angriffsfläche für den Seitenwind und dementsprechend ändert sich dann auch das Fahrverhalten. Welche Dokumente müssen Sie mitführen, wenn Sie ein zulassungspflichtiges Kraftfahrzeug führen möchten? Die Zulassungsbescheinigung Teil 1, Fahrzeugschein. Die Zulassungsbescheinigung Teil 2, Fahrzeugbrief. Den Führerschein. Also natürlich musst du den Führerschein mitführen. Und wenn die Polizei dich aufhält, dann verlangen sie immer die Fahrzeugpapiere und den Führerschein. Und mit den Fahrzeugpapieren ist die Zulassungsbescheinigung Teil 1 bzw. der Fahrzeugschein gemeint. Immer alles, was ein Schein ist, musst du dabei haben. Den Fahrschein, den Führerschein, den Fahrzeugschein. Und der Fahrzeugbrief, also so hieß der früher, Zulassungsbescheinigung Teil 2, das ist die Besitzurkunde des Fahrzeuges. Und die hast du zu Hause im Tresor oder irgendwo versteckt oder so. Die musst du nicht mitführen. Genau, jetzt haben wir zum Beispiel eine Frage zwecks Anhänger. Ein einachsiger Anhänger hat eine tatsächliche Gesamtmasse von 600 Kilogramm. Wie groß muss die Stützlast mindestens sein? Also genau solche miesen Fragen findest du alle in meinem Videokurs. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Zweiter Link, glaube ich. Ich sag's dir gleich, es ist die mittlere Antwort, denn egal, was hier oben steht, wenn es um die Last hier geht, dann sind es immer hier 4% Stützlast und alles andere. Da musst du nichts ausrechnen. So, 4% fertig. Und warum, wie gesagt, das erkläre ich dir alles in dem Videokurs. Sie fahren bei Nässe mit einem Pkw und Anhänger auf einer schmalen Landstraße und nähern sich einer übersichtlichen, aber engen Linkskurve. Wie verhalten Sie sich? Ich bleibe in der Mitte des Fahrstreifens und beschleunige erst wieder beim Übergang in die Gerade. Ich bremse erst im Scheitelpunkt der Kurve. Ich verringere die Geschwindigkeit vor der Kurve. Also auch hier wieder Geschwindigkeit anpassen, super. Erst im Scheitelpunkt bremsen, das wäre sehr gefährlich, da könnte das Fahrzeug auch ausbrechen und dementsprechend kreuzen wir die erste Antwortmöglichkeit auch noch an, dass wir dann erst ab dem Scheitelpunkt wieder beschleunigen. Der Scheitelpunkt ist sozusagen die Mitte der Kurve. Sie möchten mit einem Fahrzeug mit auflaufgebremstem Anhänger fahren. Was müssen Sie vor Fahrtantritt überprüfen? Ich prüfe die Verriegelung der Verbindungseinrichtung. Ich prüfe die Funktion der Beleuchtungsanlage. Ich prüfe die Anbringung des Abreißbremsseils. So, das klingt alles relativ gut. Und, Moment. Ich prüfe die Verriegelung der Verbindungseinrichtung. Ja, dementsprechend kreuzen wir auch alles an. Und zwar ist hier die Rede von einem auflaufgebremsten Anhänger. Was das ist, habe ich auch im letzten oder vorletzten Video erklärt. Und die Verriegelung ist halt praktisch das Stück, welches den Anhänger mit dem Auto verbindet. Funktion der Beleuchtungsanlage, ganz klar. Muss immer geprüft werden. Das verlangen sie übrigens auch in der Prüfung von dir, wenn du den Anhängerführerschein machst. Und das Abreißseil sowieso, das muss am Fahrzeug montiert werden. Wenn du am Fahrzeug keine Möglichkeit hast, dann an der Anhängerkupplung. Sie wollen überholen. Ja, also da ist ein Fahrzeug hinter dem Lkw, beziehungsweise im Gegenverkehr. Aber auch der Straßenverlauf, da man jetzt nicht mehr sieht, ob danach Gegenverkehr kommen könnte. Vorhin hat man es noch so ein bisschen gesehen. Also wir kreuzen die erste und die letzte Antwortmöglichkeit an und die ist richtig. Ihr PKW hat einen Defekt und ist nicht mehr fahrbereit. Was ist beim Abschleppen zu beachten? Während des Abschleppens ist an beiden Fahrzeugen Warnblinklicht einzuschalten. Während des Abschleppens ist das Abschleppseil möglichst straff zu halten. Während des Abschleppens darf die Autobahn nur als Abkürzung zur nächsten Werkstatt benutzt werden. Auch hier sind alle Antwortmöglichkeiten richtig. Du musst beide Fahrzeuge kenntlich machen. Das tust du, indem du Warnblinklicht einschaltest. Das Abschleppseil möglichst straff halten. Das ist auch richtig. Du musst bedenken, wenn es nicht straff ist und der Vordermann beschleunigt, dann baut sich eine gewisse Kraft auf. Und wenn die dann schlagartig auf das hintere Fahrzeug wirkt, das ist natürlich nicht so geil. Und die Autobahn darf so normalerweise nicht befahren werden zum Abschleppen, es sei denn, du bist schon... Moment, ganz kurz. Während des Abschleppens darf die Autobahn nur als Abkürzung zur nächsten Werkstatt benutzt werden. Jetzt habe ich fast einen Fehler gemacht. Also du darfst nicht auf die Autobahn, wenn du abschleppst. Wenn es allerdings auf der Autobahn passiert ist und du wirst von der Autobahn abgeschleppt, dann musst du sie bei der nächsten möglichen Ausfahrt verlassen. Darfst dann aber nicht mehr auf die Autobahn drauf fahren. Genau. Durch eine technische Änderung an ihrem Fahrzeug ist die Betriebserlaubnis erloschen. Mit welchen Folgen müssen sie rechnen, wenn sie das Fahrzeug dennoch auf öffentlichen Straßen benutzen? Also sprich, du hast zum Beispiel irgendwas an der Abgasanlage gemacht oder am Reifen oder sowas. Also sprich, irgendwie getunt oder so. Mit einem Bußgeld. Mit dem Verlust meines Versicherungsschutzes. Mit einem Eintrag im Fahreignungsregister. Ja gut, das kommt natürlich auf die Situation drauf an. Also Bußgeld ja. Versicherungsschutz unter Umständen ja. Und ein Eintrag unter Umständen auch ja. Also im Prinzip alles. Ja genau. Also wie gesagt, kommt natürlich immer drauf an. Aber es wäre alles möglich. Sie befinden sich in der Probezeit und sind bisher nicht auffällig geworden. Welche Folgen könnten eintreten, wenn Sie an dem Verkehrszeichen Halt, Vorfahrt gewähren, nicht anhalten und dadurch andere Verkehrsteilnehmer gefährden? Das Halt, Vorfahrt gewähren ist übrigens das Stoppzeichen. Eintrag in das Fahreignungsregister. Anordnung zum erneuten Ablegen einer theoretischen Fahrerlaubnisprüfung. Anordnung zur Teilnahme an einem Aufbauseminar für Fahranfänger. Also was passiert, wenn du in einem Stoppstil nicht anhältst? Ja, noch mit Gefährdung. Okay, okay, okay. Also natürlich hier Eintrag. Nochmal eine theoretische Prüfung musst du nicht ablegen. Aber du kannst da aufgefordert werden, nochmal ein Seminar zu besuchen. Genau. Übrigens bleibst du in der Prüfung an einem Stoppschild nicht stehen, egal ob da Fahrzeuge kommen oder nicht, ist die Prüfung natürlich sofort vorbei. Was soll mit der Teilnahme an einem Aufbauseminar innerhalb der Probezeit erreicht werden? Eine Verbesserung der Gefahrenerkennung. Eine rücksichtsvollere und risikobewusstere Einstellung zum Straßenverkehr. Ein Abbau der Punkte im Fahreignungsregister. Punkte werden dann nicht abgebaut. Moment, lass mich kurz nochmal nachlesen. In der Probezeit. Nein, also Punkte werden dann nicht abgebaut. Die ersten beiden Antwortmöglichkeiten sind richtig. Das haben sie umbenannt. Früher hieß es ASF und Aufbauseminar für Fahranfänger und Aufbauseminar für Punkteauffällige. Und das müsste das ASF sein. Also dementsprechend werden keine Punkte abgebaut. Es wurde dann umbenannt, glaube ich. Aufgrund mehrerer Verstöße innerhalb der Probezeit hat die Behörde die Teilnahme an einem Aufbauseminar angeordnet. Der Fahranfänger kommt dieser Anordnung nicht nach. Womit muss er jetzt rechnen? Mit zusätzlichen Punkten im Fahreignungsregister. Mit einem Bußgeldbescheid. Mit dem Entzug der Fahrerlaubnis. Puh, es wurde angeordnet und er geht nicht hin. Zusätzliche Punkte? Das glaube ich nicht. Nein, Bußgeld auf jeden Fall. Ich glaube, dass dem sogar die Fahrerlaubnis entzogen wird. Kommt natürlich auch wieder auf die Situation drauf an. Aber Punkte, das müsste dann im Punktekatalog vermerkt sein. Boah, ich glaube nicht. Wir lassen das mal weg. Mit einem Bußgeldbescheid. Echt kein Bußgeld? Nochmal die Frage. Aufgrund mehrerer Verstöße innerhalb der Probezeit hat die Behörde die Teilnahme an einem Aufbauseminar angeordnet. Der Fahranfänger kommt dieser Anordnung nicht nach. Womit muss er jetzt rechnen? Okay. Also kurz gesagt, du in deiner Probezeit, du hast ja normalerweise zwei Jahre Probezeit, machst irgendwie Quatsch, dir wird ein Aufbauseminar angeordnet, du gehst nicht hin, du verlierst deine Fahrerlaubnis, okay, das ist natürlich sehr blöd, aber nicht mal Bußgeld, komisch. Also normalerweise in Deutschland musst du für jeden Scheiß Bußgeld zahlen, ob du jetzt bei Rot über die Ampel gehst oder am Stoppschild nicht hältst, aber da nicht. Gut, naja, zwei Fehlerpunkte. Scheiß drauf. Okay, jetzt geht's los mit den Filmen. Also wir haben jetzt ganz, ganz viele Filme und ich zeige dir jetzt, auf was du bei denen achten musst. Okay, der linke Fahrstreifen endet gleich. Links hinter uns kommt ein Fahrzeug, das ist etwas schneller als wir. Dann schauen wir mal, wie das Ganze hier ausgeht. Und aha, vor uns liegt etwas Schnee auf der Straße. Das sieht man hier. Ich habe übrigens gesehen, dass sehr viele von euch meine Videos auf dem Handy sehen. Schreibt doch mal unten in die Kommentare, wie es denn auf dem Handy ist. Also ob man da alles erkennt, was ich erkläre und was auf dem Video zu sehen ist oder ob ihr euch damit schwer tut. Ich warte vor dem Hindernis. Wie soll das jetzt falsch sein? Wie soll das jetzt falsch sein? Vor dem Hindernis warten. Warum soll ich warten? Auf was soll ich denn warten? Tatsächlich müssen wir warten. Na gut, also wir passen halt die Geschwindigkeit so an, dass das Fahrzeug links neben uns an uns vorbeifährt. Und dementsprechend können wir dann gleich danach links rüber fahren, um den Schneehaufen auszuweichen. Aber warten, das verbinde ich jetzt zum Beispiel mit stehen bleiben. Na gut, wir warten. Okay, wir fahren 80 auf einer Landstraße. Hinter uns fährt niemand. Hund rennt auf die Fahrbahn. Okay. Warum sollten Sie jetzt verzögern? Wegen des Tieres? Wegen des Straßenverlaufes? Wegen des Traktors? Also im Prinzip wegen des Tieres. Natürlich kann der Traktorfahrer versuchen, dem Hund auszuweichen, was übrigens sehr, sehr schlecht wäre. Und dann müssen wir auch für den Traktorfahrer bremsen. Aber wir hoffen mal, dass er ein guter Fahrer ist und das nicht tut. Also uns nicht gefährdet. Dementsprechend werden wir nur das Tier ankreuzen. Da gibt es dann noch so eine ähnliche Frage. Da kommt darauf an, ob einer hinter dir fährt oder nicht. Und dann ist die richtige Antwort, bremsen oder nicht. Und wie gesagt, wenn hinter dir einer fährt, dann bremst du nicht. Und wenn hinter dir frei ist, dann kannst du eine Gefahrenbremsung machen. Okay. Da hat anscheinend jemand eine Panne. Ein Fahrzeug kommt entgegen. Warum müssen wir hier bremsen? Weil das rote Fahrzeug auf meinen Fahrstreifen ausweichen könnte. Ja. Weil mein Fahrzeug sonst von der Fahrbahn abkommen könnte. Weil weitere Personen die Fahrbahn betreten könnten. Ja gut, natürlich. Das letzte kann natürlich auch passieren. Also dass dann noch weitere Leute aus dem Auto aussteigen. Klar. Wie sollten Sie sich hier verhalten? Also wir haben eine relativ unübersichtliche Kurve. Hier ist die Fahrbahn. Also da musst du echt auch drauf achten. Da wollen Sie auch drauf hinaus. Und zwar haben wir unterschiedliche Fahrbahnbelege. Und die Straße ist etwas kaputt. Also ausgebessert. Also wir werden nicht an den Fahrbahnschäden vorbeifahren. Da wir sonst im Gegenverkehr fahren und wir nicht sehen, ob da jemand kommt. Dementsprechend bleiben wir auf unserem Fahrstreifen und werden die Geschwindigkeit anpassen. Ja, in der Situation solltest du sofort die Spiegel kontrollieren. Genau. Okay, da rennt ein Kind über die Straße. Will anscheinend die Straßenbahn noch erwischen. Warum müssen Sie bremsen? Weil eine Person auf die Straße läuft. Weil der LKW auf meinen Fahrstreifen wechselt. Weil Fahrgäste aus der Straßenbahn steigen. Die Straßenbahn ist ja gerade erst angekommen. Ich glaube nicht, dass die das wollen. Also wir bremsen wegen der Person, die hinter dem LKW steht. Genau. Da wollen sie, dass du ein bisschen mitdenkst. Die Straßenbahn ist gerade erst angekommen. Und bevor da Leute aussteigen und auf die Fahrbahn rennen, bist du ja schon längst weg. Wenn du solche Videofragen hast, dann schaust du, wie schnell du fährst. In dem Fall knappe 90. Und kontrollierst auch gleich die Spiegel, damit du siehst, was hinter dir so passiert. Also sprich, wie im echten Leben. Okay, da wird der Radfahrer überholt. Ganz klassische Situation. Und das Fahrzeug kommt uns entgegen. So, wie verhalten wir uns? Ich bremse. Ich fahre möglichst weit rechts. Ich bleibe in der Mitte meines Fahrstreifens. Also ganz klar, Geschwindigkeit verringern ist immer gut. Möglichst weit rechts fahren. In dem Fall auch. Von rechts kommt ein Fahrzeug. Das sieht uns nicht, wegen dem Schnee. Hiermit müssen wir rechnen, dass er uns nicht sieht und einfach auf die Vorfahrtstraße drauf fährt, obwohl wir Vorfahrt haben. Und damit sollten wir rechnen und dementsprechend, ja, also bremsen, wegen des grünen Pkws. Fertig. Das ist eine enge Straße. Hinter uns ein Motorradfahrer. Der kann es wahrscheinlich gar nicht mehr abwarten. Ein Fahrzeug kommt entgegen. Also es ist wirklich sehr, sehr eng. Warum müssen Sie sich hier darauf einstellen, anhalten zu müssen? Ja, also klar, wegen dem entgegenkommenden LKW, das Motorrad juckt uns jetzt am wenigsten. Okay, da kommt gleich ein Überholverbot. Darum ging es allerdings gar nicht. Es geht wahrscheinlich um den blauen Pkw von links, der hier sehr zügig abbiegt und bedingt durch die Fliehkraft wahrscheinlich etwas auf unseren Fahrstreifen gedrückt wird. So, warum müssen wir jetzt stark bremsen? Wegen des Pkws. Genau, das ist die richtige Antwort. Okay, wir befinden uns innerorts auf einer Vorfahrtsstraße. Wir fahren 50. Hinter uns fährt ein Auto ziemlich dicht auf. Rechts der Radfahrer. Da steht ein Fahrzeug auf dem Radweg. Der Radfahrer wird wahrscheinlich gleich rüberziehen. Klar, das sehen wir frühzeitig. Dementsprechend müssen wir die Geschwindigkeit anpassen. Wie verhalten wir uns? Wir fahren gleichmäßig weiter. Nein, wir bremsen ab. Auf den linken Fahrstreifen können wir nicht wechseln, da ja das Fahrzeug schon links neben uns fährt. Jetzt sind wir auf der Autobahn. Immer wenn du blaue Verkehrszeichen hast, dann weißt du, dass du auf der Autobahn bist. Wir überholen gerade einen LKW mit 100. Okay. Der hat eine Panne. Aha. Der weiße fährt aus irgendeinem Grund auch rechts rüber. Okay. Schauen wir mal. Wie verhalten wir uns? Ich bremse. Ich wechsle auf den linken Fahrstreifen. Ich fahre möglichst weit. Wir schauen uns das Video noch einmal an. Also der blaue hat anscheinend eine Panne. Genau. Jetzt setzt den Warnblinker, fährt rechts rüber. Der Vordermann. Ah, jetzt. Mein Gott. Wer hat es gesehen? Also es kommt ein Falschfahrer, ein Geisterfahrer entgegen. Hier, der gelbe. Okay, deswegen ziehen alle auf den rechten Fahrstreifen rüber und machen das Warnblinklicht an. Gut. Wie sollten wir uns verhalten? Ich bremse. Ja, das ist immer eine gute Idee in solchen Situationen. Ich wechsle auf den linken Fahrstreifen. Links bitte nicht. Ich fahre so weit wie möglich nach rechts. Wir fahren, ja klar, wir fahren weit möglichst nach rechts. Logisch. Okay, also einfach dem Verrückten hier aus der Schussbahn, aus der Schusslinie und hoffen, dass es gut geht. Also zum Beispiel sowas hier, ich habe es jetzt selber kaum gesehen. Wenn ihr sowas mit dem Handy schlecht erkennen könnt, dann wie gesagt, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Das würde mich interessieren. Okay, das könnte ein Stau sein. Ja, ganz klar. Also klassisch hinter einer Kurve, man sieht nichts. Vordermann macht das Warnblinklicht an, um einen zu warnen. Wie verhalten wir uns? Ich fahre in die freie Gasse. Ich schalte das Warnblinklicht ein. Ich bremse mein Fahrzeug ab. Ganz klar, Bremsen, Warnblinklicht, freie Gasse nicht. Die muss gebildet werden für den Rettungswagen. Und in dem Fall, da wir zwei Fahrstreifen haben, wird die in der Mitte gebildet. Okay, also Gegenverkehr, das mit dem Falschfahrer gerade eben, das ist natürlich eher eine Seltenheit. Eins und zwei sind richtig. Mit Gegenverkehr ist jetzt nicht zwingend zu rechnen. Okay, wieder endet der linke Fahrstreifen. Also das heißt, wir müssen demnächst einen Fahrstreifenwechsel machen, und zwar in 200 Meter. Genügend Abstand zum Hintermann haben wir. Das erkennen wir daran, dass wir den grünen Transporter im Außen- sowie im Innenspiegel komplett sehen können. Okay, gut, also unser Fahrstreifen endet ja hier, und da vorne fährt anscheinend auch ein roter Pkw auf diesem Fahrstreifen. Wegen des Traktors. Wegen des Rechtsfahrgebots. Ja, gut, also im Prinzip wegen dem roten Pkw. Und weil natürlich der linke Fahrstreifen endet, Rechtsfahrgebot hat ja, ich kreuze es jetzt trotzdem mal an. Also, klar, Rechtsfahrgebot gilt immer außerorts. Ja, klar, fertig. Du musst außerorts immer möglichst weit rechts fahren. Okay, wir haben einen Stau. Diesmal muss die Rettungsgasse zwischen dem linken und dem mittleren Fahrstreifen gebildet werden. Das heißt, die auf dem mittleren Fahrstreifen fahren möglichst weit rechts, und die auf dem linken Fahrstreifen fahren möglichst weit links. Wie müssen Sie sich jetzt verhalten? Ich fahre auf meinem Fahrstreifen möglichst weit nach rechts. Genau, das ist die richtige Antwort, und alles andere ist Quatsch. Wir wollen die Ausfahrt bei der nächsten Ausfahrt verlassen. Hier stehen schon sehr, sehr viele Fahrzeuge. So, wie verhalten wir uns? Ich halte auf meinem Fahrstreifen und warte auf eine Lücke. Das wäre arg dämlich, denn von hinten kommt einer mit 120, der radiert dich weg. Ich fahre weiter. Ich ordne mich auf der Standspur Seitenstreifen ein. Also, auch wenn das alle machen, wir machen das nicht. Wir fahren weiter und verlassen die Autobahn an der nächsten Ausfahrt. Das geht vielleicht sogar etwas schneller. Also, was wir nicht tun sollten, ist auf dem Fahrstreifen stehen bleiben oder auf den Standstreifen rüberfahren, um dort zu warten. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Auf eine Erdgas-Tankstelle. Auf eine Autogastankstelle. Auf eine Wasserstoff-Tankstelle. H2, das müsste Wasser, also Flüssigkeit. Dementsprechend sollte es Wasserstoff sein. Ja. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Okay, also CNG, das ist... Auf eine Erdgas-Tankstelle. Erdgas- und LPG, das ist... Auf eine Autogastankstelle. Genau. Okay. Also, diese drei Verkehrszeichen können auch in deiner Prüfung auf dich warten. Geben jeweils nur zwei Fehlerpunkte, aber die solltest du auch kennen. Gut, das waren wieder 36 Fragen für heute. Nächstes Video kommt wieder am Donnerstag, 17 Uhr. Wenn du keine Videos mehr verpassen möchtest, Kanal abonnieren nicht vergessen. Falls dir gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Würde mich sehr freuen. Und ansonsten, wenn du noch weitere Hilfe benötigst, wie gesagt, in der Beschreibungsbox findest du zwei Links zu meinem Videokurs und zu dem Hörbuch Klasse B. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal und bis dann.